Hallo ihr Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Doom, Capitl, äh, ich glaube es ist schon dreimal, die dritte Mission wird für uns und, ja, wir sind jetzt ein bisschen Slava und alle bleiben freuen für uns Ohhhh, hat's hier selber weg. Oh, eh, eh. Ah, das ist er ja. Ist ja schon mal getrunken. Wappen-Punkt, eh, halt. Ach so, Wappen-Punkt. Oh, Keuch. Wappen-Punkt hier. Äh, was? Also hier, glaub ich. Oder? Ja. Hier, hier, great, 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 great. So. Wappen-Punkte. Ah, so. Ich will nur verpäffern. Pesse benutzen sie so oft, aber ich bin nur öfter. Äh, nehme ich dies. Kaufen, yay. Drei haben wir noch. Wir hören die, äh, große. Graus an der Explosionen, größer glaube ich dass wir nun sehr oft er musste sehr maximal schon sein und was ist noch also das ist alles wahrscheinlich informationen aber das fragen wir noch nicht ich guck mir irgendwann den an wot 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 ALDER du bist hartnäckig leck mir an meine zwei granaten hast du ich hab jetzt meine zwei granaten überlebt ALDER der war hartnäckig denken sie dran der blinde rat beobachtet eine neue waffe nice konzentration und engagement ja ja ok hier habe ich was hier nicht denken sie dran der blinde rat beobachtet sich yo 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 ja you 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 grey Ontario waaaa wooo die leuer die Oh mein Gott! Achtung! Kerntemperatur steigt! Ja, ja, ist mir ja schon klar. Ja, okay, das ist gut. Das ist mir besser. Ja, okay, das ist gut. Ah ja. Ich weiß das jedenfalls nicht gut. Ja, okay. Oh, ich bin wirklich verarscht, oder? Was? Ja, endlich! Dämonische Bedrohung reduziert um 75% Alter! Der hat einfach mit voll! Äh, okay, das ist wahrscheinlich Das ist oben, äh, regel Der wird die Kühle leider nicht gut sein. Ah ja! Okay. Äh, okay. Muss ich überhaupt nicht verschwinden. Äh, Der hat einfach mit Jaa, blaue Karte, das brauche ich. Let's step. Okay. Ah ne, lass ich. Äh, jo. Ja, klar. Nein, nein! Wow! Fuck! Nein! Das wollte ich nicht. Ja, egal. Gehen wir wieder weiter. Ja, ja, ja. Hatten Sie schon das WC-Formulat zur Befahrt und unter Stimmungen ausgefüllt? Okay. Okay. Jessica, was ich davon hat, dass ich mich in der Lage bin? Ja, 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 ja. Oh, du leckst mich aufbett. Du leckst mich aufbett. Ich bin auch nicht da, ich freue mich. Alter! Was ist jetzt? Dämonenpräsenz auf minimal reduziert. Abregelung aufgenommen. Die Zukunft führen. Turbinenraumtüren jetzt offen. Meine Güte. Okay. Oh, da hast du mein Leben geraniert. Geraniert. Ihr Engagement bei der Mars-Mission der UAC ist der Grundstein für unseren Erfolg. Mit ihrer Hilfe werden wir einen Paradigmenwechsel herbeiführen und die Menschheit in die Zukunft führen. Okay, die Mühle weiter. Ehm, okay. Nein! Yeah! Yeah! Äh, was? Okay. Hier ist übergefasst. Ne, hier. Hier. Achtung! Kerntemperatur übersteigt kritische Grenzen. Äh... Achtung! 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 Super! Das ist mein bester Freund! Das ist hart. Das ist mein bester Freund. Das ist mein bester Freund. Das ist mein bester Freund. Fassert! Das ist mein bester Freund. Ah, scheiße! Das war nicht. Ok, das wollte ich auch nicht. Entschuldigung. Wenn ich muss, dann. Super. Woh, okay. Woh! Ja, okay. Ja. Woh! Ja, okay. Ja! Ja. Ich schicke Alter, wenn sie ihn nicht in Ruhe lassen... Das war sehr... ...und sonst... ...nett... ...und wenn sie ihn nicht in Ruhe lassen... Aua, 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 Aua! Wow! Nice! Zine ist nicht mehr, Mann! Juppi, ich schlau! Oh, nee! Oh! 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 Oh, nee! Oh! Oh, mein Geschwister! Oh, das ist geschwistert... ...Wat. Das ist schlau... ...was. Oh. 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 Oh! It is. Oh. Oh. Alter! Blitzern! Ja! Die Kerntemperatur ist jetzt stabil. Gott sei Dank! Der Planera-Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Oh, guten Tag! Wir haben für Rüstung was. Haben wir eins. Und wir brauchen immer noch Sieber zwei. Gut. Gut. Gut zu wissen. So. Ja. Autorisierung Olivia Pierce, Alpha 4-0-2. Sie hat mich ausgesperrt, Doktor Hayden. Sämtliche Energie zum Archer Tower angeleitet. Sie wird das Portal zwischen Ihrer Welt und unserer öffnen. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Nein! Du mystisch! Du mystisch! Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Argin Tower an der Oberfläche mal noch in abschalten. också sie kommt zurück. Nein! Aber um ein zues, nochmal in überbrücken. Die sind dann einfach ein Schuss. Es gibt nur noch die 2-3-3-4-4-3-4-4. Naja, halb so Welt. Du. Schön und gut. Und jetzt, ah ja, lehrt das der Wehmer. Der Anfang von Ende. Letzte Mission oder was? Olivia nutzt den Turm, um einen Zugang zu deren Welt zu öffnen. Du kannst das verhindern, indem du die Ansaugfilter des Turms deaktivierst. Äh, okay. That's right. Das ist auch mehr Muni. Außerhalb der Basis treten nicht verankerte zwischendimensionale Aktivitäten auf. Für Aufgaben an der Oberfläche wird daher die Arbeit in Teams empfohlen. Gut, ähm... Drei Punkte. Äh, ja gut. Wir müssen nicht, äh, was? Drei Punkte. Äh, was ist das? Ende der Welt. Okay. Alles klar. Ende der Welt ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eeeeeeeee... Yo! Yo, Murresung! So, jetzt ist es nicht so viel. Äh... Spring! Jetzt haben wir voll. Das scheitert am Klipp nicht. Aber das kommt noch wahrscheinlich. Alter! Ich hoffe, muss ich noch kommen. Und... Rüberspringen! Äh, was ist das? Okay. Ein totes Prüfungkorl, oder was? Schalte sie den Kampffrottflinter, wenn sie... Okay. Der Kampffrottkopf. Ja, das ist der Kampffrottkopf. Ja, beschadene Prüfung. Geh, genau, okay, irgendwas hat mir wahrscheinlich gebracht, hoff ich, die Prüfung, hoff ich mach halt mit dem Schluss bitte mal wahrscheinlich mehr schon, das ist auch übertrippigeil, übertrippigeil, abigeil. Oh, oh, was? Runen, die reine Runen, kannst du deine Prüfung bei Runen aussehen und ausrüsten und sitz hier, außer depp deine Fortschritte bei dir für besser erhalten. Runen, so wie die Voraussetzungen von der Freischaltung weiter runen platzieren. Okay, gut, ach so, eins, zwei, drei, okay. Äh, erhöhe die FP... Nenn' Knack. Nenn' 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 Ätens' Okay, wahrscheinlich muss ich die zählen, das ist besser, ...besser. ...kinder life! Apropos, wollte ich schon... Monster. Ok, Monster erstmal. Dahinter 7 Stück. Nice! 29, ah ne warte. Killen, ok 7. Also 8 Stück. 100 schon! 100 leckt mich mal. 75 auch 100 6, die kommen selten 13, 6 ok, also fast 300 ok und das noch? also das kann ich nicht was kann ich nochmal ne, die beide sind gesperrt das kann ich nicht machen also hier das lasse ich hier nochmal ne, lasse ich noch ich weiß nicht was ich benutzen nice ah ja, da muss ich gehen also ne ne ja jo, gut so ähh warte ne, was ist das ne, jo leise super 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 du du ja joh ne ja ja Schau! Please enlighten! Oh no! Oh my god! Oh no! Get me out of the place Sean! Oh no! Oh no! Yeah! Good! What? Yeah! Down! Oh no! 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 Wie noch besser! Was vergessen! Fast vergessen! You are... Besser. Äh... läuft. Okay. Okay. Nice! Ich glaube, das war das. Diese Wäsche habe ich letztens nicht gefunden. Mega. So, diesmal machen wir eine Art. Wir haben besser nicht Waffen. Machen wir ein bisschen... Leben mehr. Alter, ich habe übertreibt Liebe. Jetzt momentan. Äh, ja gut. Wo soll ich jetzt hin? Äh, Liebe habe ich voll. Also, das muss ich benutzen. Jetzt mal. Sieht so aus. Äh, hallo? Jemand zu Hause? Ah, da ist noch Türe. Bevor wir gehen in diese fucking Türe. Und... Äh, fucking Türe. Ja, das fängt schon an. Äh...